Das ist ein neuer Rhythmus, ein neuer Beat. Ein neuer Step und alles aus. The United Kingdom. An den Turntables stehen Pete and the Trigger One, Smooth Blender, Fandango und zuletzt Doerroller, der Nudelwalker. Das Ganze findet außerdem in einem noch relativ unbekanntem Club, dem Savannah Night Club in Wien 4 statt. Und wenn der Club genauso glänzt, wie das der Flyer hier verheißungsvoll tut, dann kann das eine rauschende Partynacht werden. Die absolute Qual der Wahl hat man partymäßig am Samstag, dem 2. September. Zum einen gibt's Soulfall Drum'n'Bass im Kunstwerk in Wien-Otterkring. Die Drum'n'Bass Sektion besteht aus DJs von DJ-Pools wie Upset Records oder Drive Life. Und der etwas unkonventionellere Two-Step Garage-House-Mix kommt von Fandango und MC Funky G, ebenfalls von Upset. Unser Tipp? Hingehen! Zum zweiten lädt das Wiener Flex zu einer vielversprechenden Party ein. Raga meets Hindi, another Indian Soundclash. Das heißt, coole Raga-Rhythmen vermischt mit Geräuschen aus dem fernen Indien. Das klingt so gut. Und um euch Party People in die richtige Stimmung zu bringen, kriegt ihr dorthin die Film-Remixes zu sehen und Asian Underground und Bangra-Tracks zu hören. Das Line-Up besteht aus Eva Umbauer von FM4, Hans Kulisch von Turntable Abuser, DJ Reiner und DJ Sanyos Kanada. Als Zuckerl gibt's halt dir am Sky-U-Mixture gratis. Mal sehen, was das überhaupt ist. There's a new Reggae-Dub-Rugger-Club in town. Neuer Club-bekannte DJs, nämlich Sugar Bee und Gummix. Beide kennen wir aus dem Dub-Club im Flex. Für gewisse Qualität ist also gesorgt. The location, das Maxim ist der Gummix. Ein traditioneller Nacht-Club und Varieté, das schon für viele Partys Gastgeber war. Also ein neuer Dub-Club im Nobel-Ambiente mit Flexer-DJs. Und das alles in der Mitte der Woche, das klingt abwechslungsreich. Schauen wir's uns an. Ön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020